Die Kugel von Michaela Meta Eine Produktion der GM Factory Gelesen von Gregor Schweitzer Endlich war der Weihnachtsabend da. Klein und fein stand das Häuschen auf seinem verschneiten Hügel, und durch die Fenster fiel warmes Licht auf die gefrorene Schneedecke draußen. Die anderen Häuser der Straße waren ebenso hell erleuchtet, und vor einigen sah man Lichterketten, die Fassaden oder die Gartenzäune schmücken. Die Kinder waren es, die sich am meisten auf Weihnachten freuten, auf die Bescherung unterm Weihnachtsbaum, natürlich auch auf das Familienessen davor, während dem die Vorfreude auf die Geschenke am größten war. Sie freuten sich auf den Moment, wenn der Vater die Kerzen am Baum, der am Vormittag geschmückt worden war, und die vielen Sternspritzer anzündete, und es endlich still wurde, all die Gesichter dem gütigen Baum zugewandt, der nun für ein paar Wochen über die Familie wachen würde, mit seliger Freude in den Augen. Und dann wurden die Päckchen verteilt und durften endlich geöffnet werden. Ringsum beglückwünschte sich die Familie, es wurde geherzt und umarmt, gelacht und gespaßt, und mit einem weinenden Auge wurden die Familienmitglieder bedacht, die diesen Kreis bereits verlassen hatten. Zumindest für diesen einen Abend waren die Sorgen des Jahres vergessen, die Eile und die Hektik sind vorüber, die Kälte vor die Tür gesperrt, drinnen war es warm, hell und sicher. So war es die vergangenen Jahre immer gewesen, und so geschah es auch in diesem Jahr. Der letzte Sternspritzer hatte gerade aufgehört, sein fauchendes, knisterndes Silber zu versprühen, und die Bescherung konnte beginnen. Unter der golden leuchtenden Tanne hatten gar nicht alle Geschenke Platz gefunden, so reich beschenkte sich die Familie gegenseitig. Deshalb musste der Tisch im Wohnzimmer zusätzlichen Platz für all die Päckchen spenden. Papa war gerade mit einem besonders großen Paket beschäftigt, das offensichtlich von Tante Gladys überreicht worden war, die mit leuchtenden Augen erwartungsvoll daneben stand, während er auf dem Kopf eine neue selbstgestrickte Haube trug, überreicht von Harriet, seiner Schwiegertochter in Spee, die ihrerseits bereits drei Päckchen vor sich aufgetürmt hatte, die ausgepackt werden wollten. Papier knisterte, Gläser klangen verhalten, wenn angestoßen wurde, Karton wurde aufgerissen, ein Murmeln des warmes Stimmengewirr. All das umgab Olive und lullte sie in ein Gefühl der Obhut und Sicherheit ein, während draußen vor dem Fenster leise die ersten Schneeflocken des Abends zu fallen begannen. Ihre Eltern hatten ihr gerade ihr erstes Päckchen überreicht und sie versuchte mit spitzen Fingern die Klebestreifen zu lösen, ohne das braune Papier mit den kupfern glitzernden Ornamenten darauf zu zerreißen. Schließlich kam der Ponyreitstall, den sie seit Wochen im Auslagenfenster des Spielzeuggeschäftes unten in der Stadt bewundert hatte zum Vorschein. Ihre Augen wurden groß und sie stieß einen spitzen Schrei aus, als sie vom Sofa aufsprang und auf Mama und Papa zulief, um sie stürmisch und mit ungezügelter kindlicher Liebe zu umarmen. Die nachfolgenden Geschenke waren ihr ganz egal. Die neue Kleidung, Bücher mit Sagengeschichten, ein Ball zum Spielen im Garten, wenn der Sommer wieder kommen würde. Sie hatte nur noch Augen für die drei Pferde und ihre Reiter, die sie bereits aus dem Karton genommen und zusammen mit einer Stallung und ein paar einzelnen Zaunelementen und Strohballen auf dem niedrigen Couchtisch zusammengebaut hatte. Es gab ein braunes Pferd, einen Schimmel und einen Rappen. Auf jedem saß ein Reiter, die Zügel fest in der Hand, die Knie in den Sattel gepresst und in reiterlicher Montur. Bis auf die liebevoll gefertigte Kleidung war natürlich alles aus Plastik, doch nicht für Olive. Für sie waren es echte kleine Spielgefährten, die ab nun mit ihren Reittieren große Abenteuer bestehen würden. Das Auspacken und die Jubelrufe gingen weiter. Ein Geschenk nach dem anderen wurde aus Schleifen und festlichem Papier befreit. Die Gesichter strahlten. Die ersten Feiernden hatten sich bereits auf den Sitzgelegenheiten im Wohnzimmer niedergelassen, um vertieft in ihre neue Habe versunken und verzückt den Abend zu verbringen. Olive gab ihre Reiter nicht mehr aus der Hand. Sie hatte ohnehin schon alle Geschenke ausgepackt, doch nein, sie hatte eines übersehen. Da stand noch ein ungeöffnetes Paket auf dem Tisch, umgeben von zerrissenem Papier, Großvaters neuen Socken, Mutters Haarpflegeserie und Tellern voller Weihnachtsbäckerei. Es stand einfach so da und strahlte förmlich aus, dass es geöffnet werden wollte. Olive fühlte eine starke Anziehung davon ausgehen und hielt es bereits in Händen, ohne Recht zu wissen, wie es so schnell dorthin gelangt war. Ihre Reiter hatte sie im gleichen Moment vergessen, als ihre Finger über das grobe alte Packpapier strichen, in das es eingewickelt war. Schon öffnete sie die rote Seitenschleife, die sicherlich schon viele Male benutzt worden war. Sie war nicht kaputt und sah wohl gut erhalten aus, doch sie war offensichtlich sehr alt. Olive fiel gerade noch ein, dass dieses Paket vielleicht gar nicht an sie gehen sollte und hielt inne, um es von allen Seiten zu betrachten. Kein Empfänger, auch kein Absender. Olives Mutter huschte gerade vorüber und Olive rief ihr zu. »Mama, wem gehört das hier?« »Aus Schätzchen steht kein Name drauf. Ich weiß es nicht.« Olive drehte das Päckchen noch einmal in ihren Händen. Es war ziemlich schwer. »Nein«, murmelte sie enttäuscht. Als sie aufblickte, war ihre Mutter auch schon an ihr vorbei. Olive warf noch einen Blick in die geschäftige Runde und dann zog sie die Schleife ganz auf. Das Packpapier fiel ab und zum Vorschein kam eine stabile, dunkle Schachtel, deren Deckel eine unsagbare Anziehung auf sie ausübte. Sie öffnete ihn. Was sie aus dem Karton zog, war die wundervollste und am liebevollsten und detailreichsten gearbeitete Schneekugel, die sie je gesehen hatte und mit ihrem gut zwanzig Zentimetern Durchmesser auch die größte. Als sie sie ehrfürchtig aus der Verpackung hob, um sie vor sich hinzustellen, wagte sie kaum zu atmen. Und als die Kugel die Glasplatte des Tisches berührte und Olive sie absetzte, begann sie zu leuchten. Olive hielt vor Aufregung die Luft an und sank vor diesem Wunderding auf dem Teppich nieder in den Schneidersitz. Ihr Gesicht kam der gläsernen Oberfläche der Kugel immer näher und die Winterlandschaft darin, die unbeschreiblich lebendig vor ihr aufragte, spiegelte sich in ihren glänzenden Augen. Ein seltsames Licht fiel auf ihr Gesicht, und ihre Augen nahmen von diesem Moment an einen entrückten, abwesenden, ja fast traurigen Ausdruck an. Sie konnte den Blick nur noch schwer von dem kleinen Dörfchen abwenden, das hinter der konvexen Glaswand tief in den Schnee versunken aufragte, umringt von weiß angezuckerten Nadelbäumen, die sich abseits des Dorfes zu einem dunklen Wald verdichteten. Begrenzt wurde er von schroff abfallenden Felswänden, die sich nach außen fortzusetzen schienen und den Sockel für die leuchtende Kugel bildeten. Das Licht schien von den Straßenlaternen auszugehen, die die Ortsstraße hinauf säumten. Sie warfen einen warmen Schein auf das winzige Kopfsteinpflaster, das gleich direkt hinter der runden Glasscheibe vor Olives Augen bergauf zwischen den viktorianischen Häuserfassaden hindurch führte zum auf dem Hügel gelegenen Ende des Örtchens hinauf. Olives Augen folgten der Miniaturstraße, und sie bestaunte die prunkvollen Häuser, ihre Backsteinfassaden und die weißverputzten Ornamente, die zähe Giebel und die mit Stecknadelkopf großen Lichtchen geschmückten Eingangstore. Auf der Straße herrschte geschäftiges Treiben. Winzige kleine Figürchen waren die Menschen, die dort über die Straße eilten, vielleicht um letzte Weihnachtsbesorgungen zu machen. Auch Eltern mit ihren Kindern an der Hand waren dort zu sehen, und ein Gespann mit einem schweren Ackergaul, der davor gespannt war. Sie sah eine Bäckerei, aus der warmes Licht fiel, und die ihre Auslagen mit Herzen und Sternen aus Lebkuchen behangen hatte, und einen hell erleuchteten Laden, vor dem die Kinder standen und sich die Nasen an der Scheibe plattdrückten, dahinter Spielzeug farbenfroh und bunt durcheinandergewürfelt. Olives ließ ihren Blick weitergleiten, bis ans obere Dorfende, das ihr während ihrer ausführlichen Betrachtung all dieser Details aus dem Augenwinkel seltsam dunkel vorgekommen war. Die Häuser endeten dort oben, und die letzte Straßenlaterne warf ihr gelbes Licht auf nur wenige Millimeter große Kopfsteine. Da befanden sich keine Figürchen, auch keine Tiere oder andere Bewohner mehr. Die Straße wandte sich einfach aus dem letzten Lichtkegel ins Dunkel hinein, und der Wald begann. Olive verinkte die Augen zu schmalen Schlitzen und blickte angestrengt in das Dunkel, um zu sehen, wo die Straße hinführen mochte. Doch sie konnte nichts erkennen. Die verschneiten Baumwipfel des dahinter aufragenden Wäldchens waren von der allgemeinen Szenerie indirekt spärlich beleuchtet, doch der Waldrand lag in pechschwarzer Nacht. Sie beschloss sich, die Kugel einmal von der anderen Seite anzusehen, und drehte sie langsam herum. Von der Seite aus hatte man ebenso einen guten Blick auf die Hauptstraße. Man konnte zwischen den viktorianischen Bauten hindurchsehen, und alles sah sehr realistisch aus, fast eine Spur zu lebensecht, wie ihr schien. Die Szenerie hatte sie unsagbar in ihren Bann gezogen. Bald hatte sie die Kugel ganz herumgedreht und blickte nun auf ein dichtes Wirrwarr aus kleinen Bäumchen, die in schönem Dunkelgrün bemalt worden waren und auf denen dick der Kunstschnee lag. Doch der Waldrand, in dem die Straße verschwand, lag nun im toten Winkel, und sie konnte gar keinen Blick darauf werfen. Also drehte sie die Kugel weiter, bekam auch die andere Seite zu sehen und hatte sie bald wieder richtig herum vor sich stehen. Olive bemerkte nicht, als es um sie herum langsam stiller wurde. Die Großeltern bereits zu Bett gingen und ihr einen Gute-Nacht-Kuss auf die Wange gaben, ihr Onkel auf dem Sofa leise zu schnarchen begann und ihre Eltern müde auf die Uhr blickten. Sie kniete immer noch auf dem flauschigen Teppich am Boden, die Ellenbogen auf den Wohnzimmertisch gestützt und mit der Nase so nahe an den gebogenen Glaswänden, dass sie sie fast berührte. Sie betrachtete gerade die Kirche des Ortes eingehend. Die Zeiger der Uhr auf dem Kirchturm, deren Ziffernblatt höchstens einen Zentimeter im Durchmesser haben konnte und die mit fremden, wunderschönen Ornamenten und feinen verschlungenen Malereien verziert war, zeigten wenige Minuten vor 22 Uhr. Olives Blicke wanderten am Urturm hinunter zu den Eingangstoren, von denen das Rechte offen stand und die Besucher der Weihnachtsmesse empfing. Da kam es ihr plötzlich so vor, als hätte sie eine Bewegung oben an der Uhr wahrgenommen. Tatsächlich, an der Uhr hatte sich etwas verändert. Hatten die Zeiger nicht gerade noch fünf Minuten vor der vollen Stunde gezeigt? Nun stand der winzige Minutenzeiger noch vier Minuten vor 22 Uhr. Sie kam noch ein Stückchen näher an das Glas heran und kniff die Augen fester zusammen, um etwas erkennen zu können. Was waberte da vor ihren Augen in der klaren Flüssigkeit, die das Innenleben der Kugel umfing? Noch ein Stückchen näher. Eigentlich hätte ihre Nase bereits lange das Glas berühren müssen, dachte sie. Doch die Wirklichkeit kam ihr jetzt seltsam weich und ungreifbar vor. Sie fühlte sich ein bisschen, als wäre sie in Watte gepackt und versuchte sich durch Wasser zu bewegen. Ihr Kopf war ganz angefüllt damit. In diesem Moment begann es, in der Kugel zu schneien. Fröhlich und wirbelnd tanzten plötzlich Schneeflocken aus allen Richtungen herbei und erfüllten die Flüssigkeit vor Olives staunendem Blick. Ihre Augen glänzten selig und sie bohrte sich vor der Kugel enger zusammen. Die Arme legte sie zu beiden Seiten um das unheimliche Ding, das doch so schön war, und sie wusste, sie wollte es nie wieder hergeben. Eigentlich wollte sie überhaupt nichts mehr, außer immerzu hineinzustarren. Auf dem Platz vor der Kirche wirbelte eine dichte Wolke weißer Flöckchen und steht im Kreis herum, auf und ab, vorwärts und um die Menschen auf dem Platz herum. Sie konnten sich nicht entschließen, auf dem gepflasterten Boden liegen zu bleiben. Stattdessen glitten sie durch die engen Gässchen des Dorfes, weiß und wunderschön, vorbei an den Köpfen der Menschen über das wartende Ackerpferd vor dem Spielzeugladen hinweg. Olives Augen folgten dem Schneesturm seinen Weg die Straße hinauf, vorbei an den Miniaturvillen mit ihren verschneiten Vorgärten von wahrhaft künstlerischer Hand entworfen und zusammengebaut und den winzigen Lichterketten, die an den Gartenzäunen ihren Schimmer auf den eisigen Boden warfen. Hinauf ging es, immer weiter hinauf, bis das letzte Häuschen die Straße säumte und schließlich der Wald begann, die grünen Bäume, die eigentlich aus Plastik sein sollten, und doch wirkten ihre Wipfel jetzt so detailreich, dass Olive sich einbildete, einzelne Nadeln sehen zu können, jede für sich dünn und fein wie das Haar einer Katze. Welcher Kunststoff brachte eine solche Qualität zustande? Dort in der Schwärze unter den Bäumen entzogen sich die wirbelnden Flocken dem staunenden Blick. Olive folgte zum zigsten Male mit ihren Augen der schmalen Straße bis zur letzten Laterne über den Rand des Lichtkegels hinaus in den Schatten hinein, und dort blieb sie stehen, weil sie nichts mehr sehen konnte. Der Wind blies sehr stark, das konnte sie deutlich fühlen, und kalte, stählerne Furcht vor der Dunkelheit ergriff ihr Herz. Ihre Gedanken hatten lange ausgesetzt, sie fühlte nur noch Liebe für dieses kleine Spielzeugstädtchen in dieser schönen Kugel. Doch nun hatte sich das Licht verflüchtigt, und der Wald ragte drohend vor ihr auf. Am Rande ihres Bewusstseins fragte sie sich, warum sie den Bäumen so nahe war, sollten sie doch hinter einer schützenden Glaswand liegen, nicht viel größer als die Kuppe ihres kleinen Fingers. Doch sie fand keine Antwort, und eigentlich war die Frage bereits wieder schrecklich fern. Die Flocken verschwanden rauschend unter den Nadelbäumen, und sie fühlte das unweigerliche Kommen eines drohenden Übels aus diesem Wald. Ihre Lippen öffneten sich und bildeten ein stummes, staunendes Oh, als da unter den tief hängenden Tannen- und Fichtenzweigen etwas hervorquoll, das gar nichts mehr mit der Schönheit der Kugel zu tun hatte. Sie konnte dessen Form nicht benennen, es war zuerst nur eine geschwärzte Dunkelheit, die sich formlos vor ihr zu manifestieren begann, und sie wollte weglaufen. Genau genommen brauchte sie ja nur die Augen zu schließen, oder nicht? Doch konnte sie den Blick nicht abwenden. Nun wurde ziemlich schnell ein Gesicht erkennbar, mit Zügen, die Olive entfernt an einen Hund erinnerten. »Olive, Schätzchen, solltest du nicht langsam ins Bett gehen«, tönte es unvermittelt hinter ihrem Rücken, und sie schreckte so bestürzt hoch, dass ihr ein hohes Stöhnen entfuhr und sie fast nach hinten gefallen wäre. Es war ihre Mutter, die sie davor gerettet hatte, sich noch auswegloser in ihre Gedanken zu verirren. Natürlich machte sich diese jetzt ein bisschen Sorgen, warum Olive so blass und verschreckt war, doch mit ein paar gestammelten Erklärungen schaffte es Olive, ihre Mutter zu beruhigen. Ohne Umschweife ging sie ins Bett, mit der Kugel fest im Arm, so fest, dass sie Angst hatte, sie zu zerbrechen, doch sie weniger ungestüm anzufassen, das gelang ihr nicht. Sie stellte das fürchterliche Ding auf ihren Nachttisch, um es im Blickfeld zu haben, und starrte von ihrem Bett aus noch lange dort hinein. Sie sah Dinge, an die sie am nächsten Morgen nur noch schemenhafte Erinnerungen hatte und von denen sie nicht sicher sagen konnte, dass es wirklich Erinnerungen waren, denn sie hatten die unzusammenhängende konfuse Qualität von Träumen. Die drei Reiter, die gehofft hatten, ihr das liebste Spielzeug von allen werden zu können, standen vergessen in ihrem Karton in einer Ecke ihres Zimmers, ohne auch nur ein einziges großes Abenteuer bestritten zu haben. Den Tag nach Weihnachten verbrachte Olives Familie traditionellerweise miteinander, spielte Karten, sah Filme im Fernsehen. Weihnachtsgeschenke wurden zusammen ausprobiert, und man ließ das zu Ende gegangene Jahre wie passieren. Heute ließ Olive sie all das alleine tun. Hätte sie nicht ein alarmierendes Gefühl dafür entwickelt, dass sie ihre neue Leidenschaft, das Starren in die bösartige Kugel durch unauffälliges Verhalten geheim halten sollte, wäre sie nicht einmal zum Frühstück aus ihrem Zimmer gekommen. Doch sie tat die Kugel in ihre Schachtel zurück und stellte diese neben sich auf den Boden. So hielt sie das Essen durch, erntete nur ein paar fragende Blicke und verschwand danach wieder in ihrem Zimmer. Als Olives Schwester Jasmine gegen Nachmittag den Kopf durch die Tür steckte, um sie zu fragen, ob sie zum Schlittenfahren mit nach draußen kommen würde, fand sie ihre kleine Schwester seltsam zusammengekrümmt auf dem Teppich in der Mitte des Raumes kauern. Sie hätte Olive gerne überredet mitzukommen, doch nichts zu machen. Zu vertieft in ihre Geschenke, dachte Jasmine und schloss leise die Tür. Danach verabschiedete sich Olives Geist von jeglicher Hemmung und sie trieb davon. Als die bewussten Gedanken wieder in ihren Kopf zurückkehrten, hatte sie das Gefühl, es sei Zeit vergangen, doch nicht allzu viel. Ihre Umgebung hatte sich verändert. Als sie auf ihre Hände blickte, die sie vor sich in den Boden gegraben hatte, wurde ihr die dichte Dunkelheit bewusst, die sie umgab. Zwischen ihren klammen Fingern fühlte sie krustigen kalten Schnee, Erde und Tannennadeln. In Panik blickte sie sich um und fühlte eine Kälte ihren Rücken hinaufkriechen, die nicht nur physisch war. Es war nackte Angst. Sie war doch noch ein Kind. Wo waren die Erwachsenen, die sonst immer da waren und aufpassten, dass nichts passierte? Es war so dunkel. Das war nicht mehr ihr Zimmer. Mami wollte sie rufen, doch herauskam nur ein gepresstes, flüsterndes Hauchen, so eng war ihre Kehle plötzlich und sie versuchte verzweifelt irgendetwas zu sagen, Worte zu formen, um Hilfe zu rufen. Und da hörte sie es auch schon. Das widerlichste und unmöglichste Geräusch, das sie je gehört hatte und das jetzt von hinter ihr aus dem Wald herausströmte, haarsträubend und entsetzlich. In einem wilden Aufbegehren gegen diese Abscheulichkeit sprang sie auf und rannte, so schnell sie ihre Beine trugen, die in keinerlei Schuhen steckten, wie sie sogleich schmerzhaft feststellen musste, auf das schwindende Licht zu, das pfahl in einiger Entfernung unter den tiefhängenden Zweigen hindurchfiel. Und sie hatte Glück. Als sie keuchend und mit Tränen in den Augen unter den Zweigen hervorkroch, sah sie einen vertrauten Ort vor sich. Das Dörfchen, in dem sie die letzten Tage verbracht hatte. Oder waren es Wochen gewesen? Oder war all das nur ein Bild in ihrem Kopf, der sich sonderbar heiß anfühlte? Sie schluchzte und lief auf die erste Straßenlaterne zu, die nur wenige Meter vor ihr lag und ihren warmorangenen Schein sicher und vertraut auf die Kopfsteine warf, von denen sie das Gefühl hatte, sie würde jeden Einzelnen gut kennen. Sie hatte kaum Zeit, sich zu fragen, was mit ihr nicht stimmte, denn sie musste sogleich feststellen, dass es mit einer kopflosen Flucht aus dem Wald heraus nicht getan war. Das Wesen hinter ihr dachte nicht daran, von ihr abzulassen. Als sie auf ihren nackten Füße hinabblickte, sah sie die vorüberfliegenden Kopfsteine und den Schatten, der sich auf ihnen materialisierte. Es waren lange, dürre, arme, haarig und bestialisch, die aus dem schwarzen Dunst nach ihren Knöcheln griffen und sie zurückzerren wollten, zurück in den kalten, toten Wald, zu Gott weiß welchen Dingen. Schon näherte sich die erste Laterne. Bald würde sie im Licht sein. Wenn ihr nur ein guter Gedanke kam, würde sie in Sicherheit sein. So war es doch in Träumen immer, nicht wahr? Aber ihr fiel keiner ein. Und nun befand sich hinter ihr ein körperliches Wesen, das sich von ein bisschen Licht ganz bestimmt nicht abhalten lassen würde. Da, sie lief doch bereits die hell erleuchtete Straße entlang. Links und rechts konnte sie die hübschen Lichterketten an den Zäunen sehen, an die sie sich auf seltsame Art und Weise erinnern konnte, doch waren sie in ihrer Erinnerung viel kleiner gewesen. Und weiter hinten keuchte und knurrte das Monster aus tiefer Raubtierkehle. Ein guter Gedanke. Hatte sie nicht am Abend zuvor jemand kennengelernt? Freunde gefunden? Nein, das war es nicht, das war nicht ganz richtig. Was war es nur gewesen, was ihr gestern solche Freude bereitet hatte? Da kam die Erkenntnis wie ein heller Lichtstrahl und sie wusste es wieder. Aber noch bevor ihr rettender Gedanke sich hätte entfalten können, erhob sich ein irrsinniges Getöse und unterbrach ihre Erkenntnis. Von unten im Dorf drangen lauter Tumult und aufgeregte Rufe zu ihr nach oben. Und gleich darauf wurde ihr klar, was all den Lärm verursachte. Es waren donnernde Hufe, die die Straße heraufkamen und den Boden unter ihren Füßen zum Beben brachten. Menschen liefen am unteren Ende der Straße durcheinander, wandten ihr die schreckensbleichen Gesichter zu, schrien in Panik angesichts dessen, was immer noch schnaufend und lächzend hinter ihr herkam. Schon konnte sie das untere Ende der Straße sehen, welches in ein steinernes Stadttor mündete. Dort geschah nun etwas. Der Boden vibrierte regelrecht, und das Dröhnen von Hufen auf dem gepflasterten Boden wurde lauter. Und dann fielen riesige, verzerrte Schatten auf die Mauern der alten Häuser, durchbrachen zuckend den Schein der Straßenlaternen und kündigten drei Pferde an, die sogleich in rasendem Galopp unter dem alten steinernen Bogen hervorschossen, die Reiter fest im Sattel sitzend, leicht vorgebeugt ob der Wildheit ihrer Tiere, mit entschlossenen Minen und strammer Haltung. Dieser Anblick schien ein Band, das sich fest um ihre Brust geschnürt hatte, zum Bersten zu bringen, und endlich konnte sie aus vollem Hals um Hilfe schreien, während sie vorwärts stürmte, so schnell sie ihre nackten Füße trugen. Immer noch traute sie sich nicht, sich umzudrehen. Zu groß war die Angst davor, was sie erblicken könnte. Die Dorfbewohner wussten nicht, vor was sie zuerst fliehen sollten. Vor dem unbeschreiblichen Grauen, das da aus ihrem Wäldchen gekommen war, oder vor dem furiosen Reitertrio, das soeben die Straße hinauf donnerte, um sich in einen unausweichlichen Kampf zu werfen. Mittlerweile war auf dem Platz vor der Kirche ein heilloses Durcheinander ausgebrochen. Menschen liefen hierhin und dahin, klammerten sich in Panik aneinander oder glitten auf dem eisigen Boden aus. Andere hatten sich in die Kirche gerettet und versuchten, die wenigen, die noch draußen herumstolperten, durch Zurufe dazu zu bewegen, ebenfalls in dem alten Gemäuerschutz zu suchen. Sogar das schwere Zugpferd, das vor seinem Wagen bedächtig gewartet hatte, stampfte und tänzelte unruhig von einem Bein auf das andere, als die drei bis auf die Zähne bewaffneten Reiter auf ihren infernalischen Schlachtrössern in den Farben Weiß, Braun und Pechschwart über den Platz fegten, in halsbrecherischem Galopp und mit weißen Wolken aus hintendreinwirbelndem Pulverschnee. Olive rannte die eisglatte Straße hinab und sah die Höllenreiter auf sich zukommen. Mit einem beherzten Sprung auf die Seite, der schmerzhaft in einer Stechpalme mit leuchtend roten Beeren und weiß verschneiten spitzen Blättern endete, rettete sie sich davor, zermalmt zu werden. Sie schlug so heftig auf dem gefrorenen Boden auf, dass sie sich den Kopf stieß und ihre Zähne aufeinander schlugen. Sie wurde nicht sofort bewusstlos, doch ihr schwanden die Sinne, als sie einen letzten Blick auf die Kollision, die nun auf der Straße stattfand, werfen konnte, und sie sah zuletzt, wie die johlenden und säbelschwingenden Reiter sich der Konfrontation mit dem namenlosen Übel stellten, wie sich das braune Pferd hoch aufbäumte und mit seinen Vorderhufen einen harten Tritt auf etwas landen konnte, das ein Gesicht hätte sein sollen, jedoch so hässlich und deformiert, so wieder natürlich und unbeschreiblich aussah, dass sie sich gnädigerweise später nicht mehr daran erinnern konnte. Sie sah nicht mehr, wie der Rappe mit seinem finstert reinblickenden Krieger auf dem glatten Steinboden ausglitt und auf der Seite landete, wie er wiehernd wieder aufsprang und seinen Reiter auf dem Boden zurückließ, der die Gunst der Stunde nutzte und einen Dolch in die Unterseite der haarigen Kreatur stieß und ihn kräftig nach oben riss. Sie hörte das darauf folgende Platschen nicht mehr, hörte nicht deren unmenschliche Schreie, die mehr im Verstand derjenigen, die ihn vernahmen, schmerzten, denn in den Ohren. Nun öffnete die schwarze Kreatur ihr Maul und entließ einen Schwall stinkender, ätzender Flüssigkeit in die kalte Nachtluft. Der Kämpfer, der auf dem Schimmel saß, bekam den größten Teil davon ab und schrie auf, als seine Rüstung zu zischen begann. Er riss sich die Armschiene von seinem rechten Arm, die gerade begann, sich aufzulösen, ließ sich jedoch nicht von seinem Vorhaben abbringen, das Wesen gemeinsam mit seinen Kameraden niederzuringen und vom Antlitz dieser Welt zu tilgen. Zu dritt prügelten und hämmerten sie auf das kriechende Ding ein, das keinem Tier oder Lebewesen der bekannten Welt ähnelte. Sie konnten es zuletzt niederringen, mit vereinten Kräften, stöhnend und nur unter Zusammenhalt und Vereinigung der seltsamen Macht, die ihr Kreis bildete. Zuletzt war es fast vorüber, und als ein einziger übrig gebliebener rauchiger Fangarm aus dem Haufen hervorquoll und den braunen Hengst am Bein streifte, teilte dieser eine letzte Folge von heftigen Tritten aus. Das gab dem fremdartigen Ding am Boden den Rest, und es lag völlig still. Lange Zeit starrten die drei noch auf die Überreste, doch es kam kein Lebenszeichen mehr. Nach einiger Zeit bildeten sich kleine, dunstende Pfützen um den leblosen Körper, und da wussten sie, es war vorbei. Die drei Reiter stiegen auf ihre Pferde und verschwanden im dichten Schneetreiben der dunklen Nacht. Ein Lichtstrahl bahnte sich seinen Weg durch die Vorhänge in das Kinderzimmer. Olive versuchte angestrengt, die Augen zu öffnen. Ihr Kopf fühlte sich heiß und fiebrig an. Sie hörte, wie jemand ins Zimmer kam, dann einen leisen Aufschrei. Olive, das war ihre Mutter. Endlich konnte sie die Augen zu kleinen Schlitzen öffnen. Ma, stöhnte sie. Olive, hier liegen überall Scherben. Ist dir das Wasserglas runtergefallen? Olive drehte den Kopf zur Seite. Ma, was ist los, wo bin ich? Oh, Schatz, du hattest gestern so hohes Fieber. Geht es dir schon besser? Ihre Mutter hatte sich einen Weg über den Scherbenhaufen, der vor Olives Bett lag, gebahnt und legte besorgt eine Hand auf die Stirn ihres Kindes. Ich wollte dich schon zum Arzt bringen, aber heute scheint das Fieber nicht mehr so stark zu sein. Wie fühlst du dich? Warte, ich hole einen Besen, diese Scherben müssen erst mal weg. Eilig verließ sie das Zimmer. Olive setzte sich unter einigen Anstrengungen auf. Als sie die Decke langsam zur Seite schlug, hatte sie plötzlich einen Kloß im Hals und ihr Herz schlug schwer in ihrer Brust. Ihre nackten Füße waren zerkratzt und blutig und das Laken darunter war ganz rot und schmutzig. Schon war ihre Mutter wieder zurück und schrie ein zweites Mal bestürzt auf. Olive, Schätzchen! Oh, ist es schlimm? Was hast du denn gemacht? Ma, nein, mach dir keine Sorgen. Ich bin in der Nacht wohl in die Scherben getreten. Schau, es tut gar nicht so weh. Ich glaube, ein paar Pflaster reichen. Olive schaffte es, ihre Mutter zu beruhigen, und kurze Zeit später war das Bett abgezogen, die Scherben eingesammelt, und Olive saß in einem warmen Bademantel gehüllt auf ihrem Stuhl neben ihrem Schreibtisch, und ihre Mutter kniete vor ihr, während sie die Kratzer und Schnitte reinigte und verbannt. Olive blickte nachdenklich auf ihr neues Spielzeug, die drei Reiter, die stolz und mit wilden Blicken am unteren Ende ihres Bettes auf dem Fußboden standen, die Säbe erhoben, die Absätze in die Flanken ihrer Pferde gedrückt. Sie sahen seltsam ungezähmt aus, und die starken Gebrauchsspuren auf dem Kunststoff taten der Wildheit in ihren Blicken keinen Abbruch. Olive freute sich schon darauf, mit ihnen zu spielen.